Heute werden wir uns einmal eine P2P-Landing-Plattform aus Estland anschauen, nämlich Bondora. Wir werden schauen, wie man sich dort einen Account eröffnet, was denn die zu erwartenden Renditen sind und wie man denn bei Bondora investiert. Viel Spaß beim Video! Hi, ich bin Thomas von Finanzfluss und heute werden wir uns einmal die P2P-Plattform Bondora aus Investorenperspektive anschauen. Unter unseren letzten P2P-Videos wurden wir verstärkt gefragt, auch einmal die P2P-Plattform Bondora vorzustellen. Diese Anfrage ist durchaus berechtigt, da Bondora tatsächlich eine sehr interessante Plattform ist. Bondora ist seit 2009 am Markt und hat bereits über 50.000 Kredite an Kreditnehmer herausgegeben und wird bald eine gesamte Kreditsumme von 120 Millionen ausgegebener Kredite erreichen. Bei Bondora könnt ihr in Kredite aus Estland, Finnland und Spanien investieren. Es gibt einen Sekundärmarkt und auch zwei Autoinvestoren, allerdings keine Rückkaufgarantien. Verglichen mit Mintos, wo es ja diese Rückkaufgarantien gibt, sind die entsprechenden Renditen, die erzielt werden können, aber auch deutlich höher. Ihr habt also nicht mehr die vermeintliche Sicherheit einer Rückkaufgarantie, die durch den Lohnanbahner gegeben wird. Auf der anderen Seite behält dieser sich aber auch keinen Teil der Rendite ein und somit sind eure potenziellen Renditen bei Bondora höher. Ein Punkt, den ich sehr an Bondora schätze, ist, dass das Unternehmen extrem transparent ist. Ihr könnt das gesamte Lohnbuch, also alle Kontobewegungen und alle Details zu den entsprechenden Darlehen seit Firmengründung downloaden und euch in Excel anschauen und analysieren. Das Datenset ist extrem umfangreich und ich habe es selbst zur Erstellung meiner Masterarbeit benutzt. Hier noch ein wichtiger Risikohinweis, der nicht nur für Bondora gilt, sondern für alle Investitionen in P2P-Kredite. Es handelt sich hierbei um riskante Investitionen. Ihr solltet auf keinen Fall euer gesamtes Geld da rein investieren, sondern wie immer beim Investieren auch diversifizieren. Seid euch auf jeden Fall des Risikos bewusst und wenn ihr euch nicht mit dieser Investition wohlfühlt, solltet ihr es auf gar keinen Fall tun. Schauen wir uns jetzt einmal am Bildschirm an, wie man denn ein Konto auf Bondora eröffnet, wie man dorthin Geld überweist und die ersten Investitionen tätigt. Hier befinden wir uns direkt auf dem Registrierungsbildschirm von Bondora, wo wir dann hier unsere E-Mail-Adresse eingeben, um ein Konto zu eröffnen. Ihr bekommt dann hier also direkt euer vorläufiges Kennwort angezeigt, das wir uns dann mal kopieren. Im nächsten Schritt wird dann hier die Handynummer angegeben und dann könnt ihr dann hier Deutschland anwählen. Und die Nummer eingeben und dann auf Weiter klicken. Hier wird nach der Investitionserfahrung gefragt, das heißt, mit welchen Investitionen haben wir bereits Erfahrung. Können wir hier anklicken, Aktien, P2P, Investmentfonds, Sparkonto, Immobilien über Reeds. Das macht ihr natürlich dann jeweils individuell. Im Investitionszweck könnt ihr dann angeben, weswegen ihr in P2P investiert. Sagen wir hier einfach mal zusätzliche Einnahmen aus den Zinserträgen. Hier könnt ihr angeben, wie viel Geld ihr plant, bei Bondora zu investieren. Das ist aber auf gar keinen Fall irgendwie bindend. Das heißt, ihr könnt hier Angaben angeben, wie ihr das möchtet. Dann bleiben wir mal bei 0 Euro monatlich und 1.000 Euro einmalig. Das ist jetzt zumindest das, was wir geplant haben. Klicken wir auf Weiter und kommen dann beim letzten Schritt, nämlich der direkten Einzahlung. Ihr könnt diesen Schritt auch überspringen, erstmal euer Konto anlegen und dann später einzahlen. Wir werden aber hier direkt die 1.000 Euro einbezahlen. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ihr könnt hier aussuchen zwischen Trustly Online-Zahlung. Das bedeutet, ihr loggt euch dann über Bondora bei eurer Bank ein und tätigt dann die Überweisung. Eine normale SEPA-Banküberweisung. Ihr könnt aber auch per Visa oder Masterkarte zahlen, was wir jetzt in diesem Fall machen werden. Oder über Transferwise, wenn ihr irgendwie Fremdwährungen habt, die ihr dann gerne hier in Euros einzahlen möchtet. Der Vorteil von Visa und Masterkarte ist, dass das Geld dann direkt auf eurem Bondora-Konto ist. Wie üblich, hier müsst ihr einfach die entsprechenden Angaben angeben, wie beim normalen Online-Shopping auch. Auf Fortfahren bestätigen wir dann unsere Visa- bzw. Masterdaten. Sobald die Kartenzahlung erfolgt ist, habt ihr auch schon direkt euren Account. Bekommt dann hier oben Informationen, die ihr erstmal weg ticken könnt und seht dann auch schon mal eine Übersicht. Ihr seht hier, dass hier schon ein Überschuss von 5 Euro besteht. Wenn ihr über unseren Link kommt, also einen Freunde-Einladen-Link, dann bekommt ihr diesen ebenfalls. Schauen wir uns jetzt einmal die Benutzeroberfläche an. Wir sind jetzt hier im Dashboard, wo es noch nicht so viele Informationen gibt. Hier oben können wir auf Statistiken klicken. Das werde ich mal in einem neuen Tab öffnen. Das sind die eben erwähnten Statistiken, die ihr zu Bondora im Allgemeinen findet, wo ihr dann auch seht, wie viel Darlehen Summe insgesamt herausgegeben wurden. Die durchschnittlichen Renditen. Das soll aber jetzt heute nicht das Thema sein. Was wir jetzt möchten, ist ja zunächst einmal investieren. Dazu haben wir drei Möglichkeiten. Zunächst einmal der sogenannte Portfolio Manager, den ihr hier auf der linken Seite findet. Im Portfolio Manager könnt ihr einstellen, wie ihr euer Geld anlegen möchtet. Hier könnt ihr einfach zwischen ultrakonservativ und sehr opportunistisch einstellen. Was sich dann ändert, werdet ihr hier sehen, nämlich wie viel Prozent in die entsprechenden Kreditkategorien investiert werden. Sind wir hier sehr opportunistisch bzw. sehr risikoorientiert, sehen wir, dass hier relativ wenig in AA-Kredite investiert wird, nämlich 7,7 Prozent. Und ein doch relativ hoher Teil in die Hochrisikokredite, nämlich die HR, nämlich 12 Prozent. Auch F ist noch eine relativ hohe Risikoklasse. Hier werden 15 Prozent investiert. Wenn wir dann auf Ausgewogen gehen, fallen diese beiden Kategorien F und HR raus. Hier wird nichts mehr investiert. Und wenn wir noch weiter, nämlich auf ultrakonservativ gehen, werden in keine Kredite investiert, die unterhalb von B geratet sind. Stellen wir hier den Portfolio-Manager einfach mal auf Ausgewogen und können dann sehen, in welche Kredite investiert wird. Stellen wir den Investitionszeitraum hier mal auf 5 Jahre, können wir hier sehen, erwarteter Umsatz. Das ist vielleicht jetzt nicht ganz geschickt übersetzt worden, das sollte vielleicht eher Gewinn heißen. Im Endeffekt, wenn wir mit der Maus darüber fahren, sehen wir aber, was das heißt. Und sehen hier, dass hier eine Annahme getroffen wird, dass bei diesem Risikomix unsere zu erwartende Rendite sehr wahrscheinlich irgendwo zwischen 6,55 und 14,55 Prozent liegt. Das heißt, wenn wir die 1.005 Euro investieren auf einen Zeitraum von circa, oder von genau 5 Jahren, dann können wir mit Zinszahlung während der Laufzeit zwischen 375 Euro und 977 Euro rechnen. Wir stoppen das Ganze jetzt, weil wir uns die anderen Investitionsmöglichkeiten mal etwas genauer anschauen wollen. Und dazu gehen wir jetzt mal hier auf Portfolio Pro. So, das ist der Portfolio Manager, der etwas feiner eingestellt werden kann, da wir uns hier spezifische Kriterien heraussuchen können. Hier können wir auch nochmal entscheiden zwischen progressiv, ausgewogen und konservativ und sehen dann entsprechend, wie sich hier unten die Kriterien verändern. Ihr seht hier, bei konservativ gibt es keine Kredite mehr, die unter dem C-Rating investiert wird. Und wenn wir auf progressiv gehen, dann ist es sogar so, dass wir von A, A bis C keine Investitionen tätigen und nur in den untersten Risikokategorien. Gehen wir hier mal wieder auf ausgewogen und suchen aus, in welche Länder wir investieren möchten. Ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, dass die spanischen Kredite eher Tendenz haben, häufiger auszufallen und höheres Risiko tragen. Von daher schließe ich diese jetzt einmal aus. Von den Kreditlaufzeiten geht es hier bis zu 5 Jahren, können wir aber auch sagen, wir möchten jetzt erstmal auf 3 Jahre reduzieren. Hier können wir sagen, das Maximuminvestment pro Kredit, das kann man jetzt hier hochfahren, zum Beispiel sagen wir mal auf 10 Euro, um dann somit eine gewisse Diversifikation klarzustellen. Hier muss man natürlich die richtige Balance finden. Wir haben jetzt einen etwas höheren Betrag von 1000 Euro. Wenn wir den jetzt in 10er-Schritten investieren möchten, dann kann das ziemlich lange dauern, weil Bondora uns erstmal 100 Kredite heraussuchen muss, die zum entsprechenden Portfolio passen und in die wir dann auch investieren können. Wenn wir jetzt mit der Summe etwas hochgehen auf 20 Euro, dann halbiert sich ja die Anzahl der Kredite, in die wir investieren, von 100 auf 50 Kredite. Wobei darunter dann natürlich jetzt unsere Diversifikation leidet. Das heißt, wir sind natürlich besser diversifiziert, wenn wir in 100 Kredite investieren. Das kann auf der anderen Seite aber länger dauern und wir verdienen während dieser Zeit, wo das Geld investiert wird, halt keine Zinsen. Wir entscheiden uns jetzt mal für die Diversifikation, auch wenn es etwas länger dauert, bis das Geld investiert ist. Hier könnt ihr weitere Kriterien hinzufügen. Ihr könnt zum Beispiel hier Zinsen anklicken und sagen, ich möchte mindestens so viele Zinsen haben und höchstens diesen Zinssatz. Der Vorteil von Bondora ist, dass tatsächlich jeder Zinssatz pro Kreditnehmer individuell berechnet wird. Das heißt, es gibt keinen Pauschalzinssatz, sondern deren Algorithmus berechnet, je nach Risiko des entsprechenden Kreditnehmers, einen entsprechenden Zinssatz, die tatsächlich bis zu 275% hochgehen können, was natürlich schon extrem hoch ist. Weitere Kriterien können wir hinzufügen, zum Beispiel maximale Geburtsgröße oder Portfolio Limit. Hier können wir zum Beispiel sagen, wie viel wir maximal investieren möchten. Hier können wir zum Beispiel erstmal die 1.000 Euro angeben. Das bedeutet, dass die Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen der Kredite, die über die 1.000 Euro hinausgehen, nicht mehr investiert werden. Die liegen dann als Cash auf eurem Depot rum. Von daher macht es Sinn, hier natürlich einen höheren Betrag anzugeben, außer ihr möchtet natürlich langsam desinvestieren und Geld ansammeln. Ein letztes Kriterium, was wir angeben können, sind die Rücklagen. Das heißt, wir können hier sagen, wie viel Geld soll mindestens auf dem Konto bleiben. Hier können wir zum Beispiel sagen, 50 Euro. Jedes Mal, wenn ihr nicht wisst, was dieses Kriterium bedeutet, könnt ihr hier einfach mit der Maus drüber gehen und ihr bekommt die Informationen zu den entsprechenden Kriterien. Jetzt haben wir unseren Auto-Investor konfiguriert, je nachdem, wie wir das Ganze gerne hätten. Ich werde jetzt hier noch die HR und die F-Kredite herausklicken, da wir hier eher ein konservativeres bzw. sagen wir mal eher sicheres Portfolio erstellen möchten. Und dann können wir hier einfach auf Investition starten klicken und der Auto-Investor fängt an zu arbeiten. Hier können wir das Ganze kopieren und können denselben Auto-Investor nochmal erstellen und dann die entsprechenden Parameter abändern. Und hier können wir einen entsprechenden Namen geben, diesem Portfolio, zum Beispiel Finanzfluss-Testportfolio. Okay, eine weitere Möglichkeit bei Bondora zu investieren ist hier auf der linken Seite über den Sekundärmarkt. Das bedeutet, wir können Kredite, in die wir investiert haben, über den Sekundärmarkt wieder verkaufen. Und dementsprechend hier auf dem Sekundärmarkt auch hier über dieses kleine Shopping-Icon einkaufen. Die Eigenart von Bondora ist halt, was ja nicht unbedingt erstaunlich ist, dass hier besonders viele Kredite mit HR angeboten werden. Aber wie wir sehen, finden wir hier auch einige sehr wertvolle Kredite mit AA. Derzeit interessiert uns der Kauf auf dem Sekundärmarkt nicht, sondern wir werden hier über Portfolio Pro investieren. Schauen wir uns jetzt abschließend noch einmal einen Kredit an, wie das Ganze denn aussieht. Da wir jetzt persönlich hier noch keinen haben, da der Auto-Investor jetzt erst seine Arbeit angefangen hat, klicken wir einmal hier auf einen Kredit am Sekundärmarkt. Ihr habt hier immer die Darlehensnummer. Ihr könnt dann hier runterklicken und habt hier alle entsprechenden Informationen. Also zunächst einmal einen Überblick. Die Summe, also hier wird zum Beispiel nur 1 Euro an einem 530 Euro Kredit vergeben. Der Zinssatz liegt bei 11,35. Davon wurde bisher getilgt 2 Cent, also 2 Cent von dem einen Euro. Ausstehend sind also noch 98 Cent. Gezahlte Zinsen war 1 Cent. Strafzinsen gab es keine. Diese fallen an, wenn zum Beispiel zu spät gezahlt wird. Und die Gesamtzahlungen sind, wie gesagt, die 2 Cent Tilgung plus den 1 Cent Zinsen. Hier finden wir weitere Informationen zum Darlehensnehmer. Wer denn dahinter steckt? Ein 31-jähriger Mann aus Tallinn. Hier sehen wir Informationen über die Einkommensverhältnisse. Die registrierten Zahlungsprobleme sind glücklicherweise noch keine aufgetreten. Er hat auch ein sehr gutes Rating von A. Hier werden wir dann etwas sehen bei Eintreibungsvorgang, wenn es in der Vergangenheit irgendwie zu Problemen kam. Und hier sehen wir den Rückzahlplan. Wann denn dieser Kreditnehmer seine Raten bezahlt? Wie viel davon Tilgung sind? Und wie viel davon Zinsen sind? Eine wichtige Anmerkung bei Bondora ist auf jeden Fall, dass ihr euch noch identifizieren müsst. Dafür könnt ihr einfach hier oben auf euren Namen klicken und dann Konto. Und kommt dann hier zur persönlichen Identifizierung. Das ist besonders dann wichtig, wenn ihr Geld ausbezahlen möchtet. Ihr dürft nämlich pro Person nur einen einzigen Account bei Bondora haben. Das sind einfach Geldwäscheregularien. Und könnt dann hier in dieses Feld euren Personalausweis oder euren Reisepass reinziehen. Bondora wird euch dann innerhalb von einigen Tagen identifizieren als tatsächlich existierende Person. Dann müsst ihr eure Bankdaten hinterlegen für die Auszahlung und könnt dann ganz einfach hier über diese Fläche euch Geld ausbezahlen lassen. So, jetzt ist genau ein Monat vergangen, seitdem wir die Investitionen getätigt haben. Von daher werden wir uns jetzt einmal kurz im Bondora-Account anschauen, wie das Ganze denn aussieht. Wie bereits auch vorher haben wir hier die 5 Euro Bonusaktion, die wir sehen. Ansonsten haben wir noch keinen Jahresüberschuss erwirtschaftet, beziehungsweise noch keinen vollen Euro. Hier die Netto-Rendite steht immer noch leer, weil die immer aufs Jahr hochgerechnet wird. Wenn ihr hier auf das kleine Zahnrad geht, könnt ihr hier auf Prognose anklicken. Dann habt ihr nämlich die Berechnung der Rendite bis Fälligkeit, beziehungsweise ihr könnt auch hier aussuchen, Berechnung des Kontowertes auf Basis von Prognosen von Bondora. Wenn ihr dann hier auf Speichern geht, bekommt ihr dann hier eine Rendite-Spanne von 7 bis 15% angezeigt und ein Reingewinn, ein hochgerechneter Reingewinn von 590 Euro. Sobald ihr dann ein Jahr dabei seid, sind diese Zahlen natürlich individuell auf euch angepasst und hier stehen dann eure eigenen Netto-Renditen. Schauen wir uns jetzt einmal an, in was das Geld investiert wurde. Das seht ihr dann, wenn ihr hier auf Investitionen klickt. Und wir sehen, dass die 1000 Euro insgesamt in 512 unterschiedliche Kredite investiert wurden, die dann hier unten aufgelistet sind. Ihr seht dann hier die einzelnen Informationen, die ihr genauso gut über den Sekundärmarkt sehen könnt. Das Bondora-Rating, der Status, nach dem können wir jetzt mal filtern, um herauszuschauen, um herauszufinden, ob es denn hier welche gibt, die gelb angezeigt werden. Das würde nämlich bedeuten, dass es hier einen Zahlungsverzug gibt. Das ist noch nicht der Fall. Das bedeutet, alle 512 Kredite sind derzeit anständig bezahlt, also nicht im Zahlungsverzug. Hier sehen wir dann auch die entsprechenden Zinsen, die entsprechende Nummer der Zahlung, der nächsten Zahlung, der ausstehende Tilgungsbetrag und so weiter. Hier haben wir dann die Möglichkeit, Kredite über den Sekundärmarkt zu verkaufen. Dazu können wir dann hier einen Aufschlag bzw. einen Abschlag eingeben, wenn wir ihn zum Beispiel 5% günstiger verkaufen wollen, dann können wir hier minus 5% eingeben und hier auf diesen Shoppingwagen klicken. Jetzt ist der Kredit noch nicht verkauft. Wenn wir ihn verkaufen möchten, müssen wir hier oben auf alles verkaufen klicken. Wenn wir hier nochmal auf das Rote klicken, dann verkaufen wir ihn nicht mehr. Wenn das Ganze mit Aufschlag verkauft werden soll, können wir das Minus hier zum Beispiel mal wegmachen mit 5% Aufschlag und dann hier auf den Shoppingwagen klicken, dann können wir den mit einem Aufschlag verkaufen. Das bedeutet, anders als in der Vergangenheit ist es jetzt bei Bondora auch möglich, über den Zweitmarkt mit Aufschlägen bzw. mit Abschlägen Kredite zu verkaufen und natürlich auch zu kaufen. Schauen wir uns die anderen Bereiche jetzt einmal an. Wenn wir zum Beispiel hier auf Portfolio Pro klicken, dann sehen wir auch hier nochmal das Portfolio, welches wir vor genau einem Monat angelegt haben. Insgesamt wurden investiert 1019 Euro, das bedeutet, wir haben schon einige in diesem Monat einige Rückzahlungen bzw. Zinsen erhalten, die automatisch vom Auto-Investor wieder angelegt wurden. Wir sehen hier, das Portfolio läuft noch und investiert fleißig weiter. Wenn wir hier nochmal aufs Dashboard gehen, haben wir nochmal die Möglichkeit, auf der rechten Seite hier auf mehr Statistiken zu klicken und sehen dann auch etwas mehr Informationen. Verfügbares Kapital sind derzeit 10 Cent, das heißt, der gesamte Rest wurde investiert. Portfoliowert nach Gesamtlaufzeit, das ist wie gesagt der Wert, den wir hier über die Netto-Rendite eingestellt haben. Das können wir jetzt mal zum Beispiel wieder wegklicken, temporär und sehen dann die aktuellen, also die echten Zahlen, die dann liegen bei derzeit 1005 Euro an ausstehender Tilgung. Unter derzeit der Jahresüberschuss beträgt 5 Euro, das war dieses Bonusprogramm, wenn ihr über unseren Link geht, beziehungsweise bei Neueinschreibungen auf Bondora und 10 Cent zusätzlich, die über die Zinsen gekommen sind. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch und wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Alle Links und Informationen zu Bondora findet ihr unten in der Videobeschreibung. bald